Iris Klein ist laut ihres Beziehungsstatus auf Facebook vergeben. Was hat das zu bedeuten? Nach Trennung von Mr. T. ist Iris Klein wieder vergeben? Iris Klein, 56, und die Liebe, nach der Trennung von Peter Klein vor etwas mehr als einem Jahr ein schwieriges Thema. Nachdem die Mutter von Daniela Katzenberger ihrem Ex lange hinterher getrauert hat, schien sie in dem mysteriösen Mr. T. ihr neues Glück gefunden zu haben. Nach Trennungsgerüchten gab sie dann Anfang des Jahres jedoch tatsächlich das Liebesaus nach wenigen Monaten bekannt. Ein Grund dafür war wohl auch die mediale Aufmerksamkeit, denn Mr. T., dessen richtiger Name bis heute unbekannt ist, steht nicht in der Öffentlichkeit. Das hält kein Mann aus. Keiner kann stark genug dafür sein, um damit umgehen zu können, erklärte Iris. Doch nun gibt ihr Beziehungsstatus erneut Rätsel auf. Ist die Katzenberger Mutter etwa neu verliebt? Iris Klein klärt ihren Beziehungsstatus auf. Iris Klein versucht sich aktuell in New York als Model. Dort ließ sie sich kürzlich auch auf einen Flirt ein. Hat sich daraus etwa etwas Festes entwickelt? Fans ist aufgefallen. Dass Iris Beziehungsstatus auf Facebook in einer Beziehung lautet. In einem Instagram-QA damit konfrontiert erklärt sie jedoch, das habe ich heute endlich herausgefunden und dementsprechend geändert bzw. gelöscht. Iris Klein hat die Angabe nach der Trennung einfach noch nicht angepasst. Sie stellt klar, aktuell bin ich nach wie vor Single und lebe auch alleine. Für immer möchte sie aber nicht alleine bleiben. Die 59-Jährige wünscht sich einen neuen Mann an ihrer Seite. Fürs Single-Sein bin ich nicht geschaffen. Ich bewundere jeden, der das will, erklärt sie.